Und dann sehen wir uns live wieder am Dienstag und in den Videos ja täglich. Also vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Habt ihr ins heutige Video reingeschauen? Ja, ich glaube heute ist es echt Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ich leg euch das heutige Video echt ans Herz. Da ging es ganz stark. Paul, da warst du wahrscheinlich der, der so schnell übersprungen kam. Du musst einfach noch hochscrollen, da müsste das stehen. Patamek. Du musst da mal durchgucken. Das Cheater-Crollen-Video. Das Cheater-Crollen-Video.